hier bin ich wieder und ich werde das spiel jetzt mal einspielen ja und wir haben keine ahnung was es ist genau fall wieder boss war und der verbotene schatz normal gibt es kein leichter meistert höchste ok dann ein neues spiel ich versuche nicht so viel zu fasseln aber hoffentlich zu mehr spiel ja äh kur? ok eine fette taube soll das über eine taube darstellen? ja irgendwie ist das heilenartig ja eine art und eine mischung oder was? ja eine taumereule Pfeife ist das nicht ein bisschen lang? so keine Rücksicht auf den Knopf ja ich mach das schon du drückst meinen Knopf für den Klinger hier hallo hey los sein der schönste Klinger wird das nexicon oh man oh ne oder? Level 1 von 1 sieh mal da fehlen nur locker 3 Teile oh ja äh du hast keinen Hund mehr jetzt schon hehehe ich sei niedlich drück noch andere Tasten hier hey da ist ein lieber Freund ja klar ein lieber Freund der ist mir angegangen hier hoppla hoch mit dir und einsammeln der wollte nur als Freundschaft vergess zu teilen oh ja klar hier kannst du den Hut kosten kannst du hier voll gegen Kopf hopp ouch ein Tod ja ich hab die Tate verwechselt ja ich hab die Tate verwechselt ja schön ungebracht ja ein Tate rüber mit dir oh abgesprungen mach wie Mario und spring dir an hallo hallo aah 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 du blöder Gegner du wie viel sprichst du mich doch mal an hier hallo 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 übrigens Bidi wie hat dir Zelda gefallen Middelskart meine ich äh Zelda hat mir ganz gut gefallen Schwierigkeitskart für dich ja leicht los nun die Goldbahn ach man ach man ouch voll ein Hinterkopf ach der will doch nur kuscheln nur kuscheln und mich ab abbringen hier ach der will dich nur ein bisschen begrapschen und das Herzkopf will nicht zu mir kommen für die wie wärst du wenn du den Weg auf den ähm auf den Zaun langgegangen wärst aah wow na heiliger Strohsack es war aber unterhofft er springt ja ja wenn wir dann misst diese Erzen nur mal ein Zelda hehehe mir auch also gewundert wenn da immer tschsch ab du biest ouch bummerang äh bummerang Effekt ist doch schön na also dann hast du den Keks rata oh hey du siehst du auch was ja ey hey bewegt dich nicht so viel du mal Gegner ups hehehe wo ist dein Hütchen der kommt gleich wieder aber ehrlich ich glaube er nicht ey Hütchen wo bist du du hast keinen Hund mehr doch hier ist er ach die muss man einfach wieder einsammeln ja wenn er zu weit entfernt ist ouch das war ja perfektes Timing ja der war wohl ein Schuss in den Ofen ich muss ja sein Team auch gedenken naja da ist ja der Spruch her oder ist doch ah ja man die blöde Ratte ja 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 bühne weggerissen ja ja 60 Gold oder wie ist ausgesehen da 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 wow 9500 Punkte 9500 Punkte ja der kann man nur noch überbieten ja wenn besonders wenn man ein Profi ist oder gleich dein Experte 0 mal sehen mal sehen machen Schüsst du Biest ich bin so oller Gegner au spinnst du du Gegner oder was ich wollte noch keinen Horn an Kopf kriegen ah oh nein oh ich schmeißen die Gegner mich auch runter ich soll sie freuen übernehmen ja freundlich na du bist ja gut drauf Kopfnuss der trifft dich trotzdem und die übertreffer einpacken und dann platt machen ja 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 du hast doch gleich einfach du hast doch gleich auch mit den Herz runter geschleudert ja 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 Lass mich jetzt an Koffer denken. Ein Koffer. Koffer. Von Marius, die Gänger. Ach so. Halte dich bloß fern von denen. Warte bis dein Lieber Turbistar kommt. Lieber Turbist. Geißer. Vorbei. So. Ein bisschen kneten. Noch einsammeln. 14 und 29 Goldbahnen. Spring. Gutes Mäuschen. Ja. Und jetzt. So. Ein bisschen Sprung finden. Los. Schlafen die Goldbahnen. Zuerst diesen Kerl hier. Ja. Schön killen. Oh. Wow. Nett. Oh nein. Oh. Hey. Hütchen. Da wisst ihr. Oh. Hier bin ich einfach so irgendwo aufgesprungen. Hoho. Wow. Hey. Böder Kerl. Na. Ich komm mit mir hoch. Ja. Ich komm mit mir hoch. ein mega herz ja und ein lehm dazu dumme bist du ein lehm war das das war ein schuss in den ofen mit schuss ja und du musst es ja unbedingt wegschmeißen ouch ich bin dein Appet eine gute hoch für die hier ja, uh, voll voll im Kopf ha ha ah klar auf dem Kopf viel über wenn du stehen bleibst? Ah, nein, nein, nein! Oh, Mann! Wieder als einsammeln! Und denn jetzt hoch! Na, also! Der klingt dauernd, als wenn ein Affe wäre, oder? Ja! Ja! Wer ist denn ein halber Affe? Der Hötchen! Ja, gerade so getroffen! Na toll! Da ist er! Mann, das ist ja auch ein echt langes Level, zweiter schon! Not zitieren! Komm so und gehst sie! Oh, Mann! Du magst es dich verletzen, oder? Na, ja! Jetzt wohl dein heimliches Hobby! Ein heimliches Hobby! Na, wenn du dich so verletzen lässt! Und du kriegst meine Weidemannsfresse! tausende von lebenswacht weißt du jetzt so ja ja versuchen oh mein Gott das wird natt jetzt oh mein ja ey du bastard du ja du hast ihn wieder auf den Kopf oh mein o hier oben vor dem Rücken über Sprungmöglichkeiten du hast ihn nicht getroffen aber wir waren sie geplant ob der Schuss ne Finte war ja oh 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 du na du troste ja was zu so sind getroffen Exit ja und das nächste level werde ich bestimmt nicht mal schaffen ja nicht so aber trotzdem so weit versuchen wir es ja so weit wie wir kommen ja viel glück ich habe mein spiel gespielt das war noch nerviger ja das war ein spiel von meiner oma auch im spiel und das ist hier Spiroi Spiroi ne Spiroi ein rothaariger Junge da musste so irgendeinen nerviger Robot aufhalten die wollte die ganze Welt in Cyborgs verwandeln äh bei Cyborgs das läuft doch im Moment einfach so mit ähm nicht Super Cyargen 2 gemein Zeit läuft gerade mit Cyborgs ha und Taps schade schaffe ich nicht mehr ja dafür bist du zu kleen ja Maul Schuss Amigo aber der Wettbewerb an der Kapp ja au er hat den Abbau wo wo bei der Wettbewerber wie er nach um das ist Ja, ich stelle mich auf den Posttest. So, hier ist mein Protest. Na dann, tschüss. Bis zum nächsten Mal.